Und das ist eigentlich noch besser geworden. Wie gesagt, die andere Seite war schwierig, weil da kam die Sonne von oben. Und von so süß, weiß man. Die Leute will hoch und die Leute auch zu hören. Sie tun nicht so viele Leute. Normalerweise, wenn sie die Gäste anbauen, werden sie nicht so oft. Da? Ja, da ist es gut. Versuch sie sich nicht, weil sie hören werden können. Vielen Dank.